Musik 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 Du kannst kaum mehr warnen. Bald werden wir Big End treffen. Seid ihr schon aufgeregt? Hup! Hup! Dann unterwegs. Meine Güte, ich hasse Schnellgetütteln, euch ganz besonders. Lassen wir uns ran. Mitten durch die Hölle. Das hat man davon, wenn man mit einem Zug der David Company fährt. Machen wir Krachen. Richtig, so. Zieh eure Rüben weit und poste ich sie weg. Auf geht's. Typisch Banditen. Meine Spezialität. Ich hab ein paar Tricks hier drin. Nicht stehen bleiben. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Wer denn an den Rüben ist? Oh, ich schieß nicht damit. Das war's für dich. Wer auch immer sie sind. Vielen Dank. Die Rechnung lasse ich ihnen zukommen. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. Wieder voll ausgerüstet. Da. Sollen wir. Hat er einen Arzt gerufen? Kommen Sie mir nicht in die Krähe. Ach, das war Zeitverbeudung. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Was gibt's? Okay. Los geht's. Die Alarm. Hey, Schwachkopf, willst du, dass die Kissen sich hier unten weiter stapeln? Sicher nahe hin. Und wo ist der Haken? Weiß ich. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wenn Sie sich rühren, schnallen Sie alle ab. Die Kissen sich hier unten weiter stapeln? Schön cool bleiben. Klare Sache. Das muss anders gehen. Muss mir wohl was einfallen lassen. Sorgt dafür, dass die Leute bleiben, wo sie sind. Dann wollen wir mal. Freil dich. Wir müssen weiter. Okay. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Wer hat Lust zu sterben? Halt es, heil dich! In die Zähne. Wir brauchen die anderen. Wir sind sterben. Wir müssen sie finden. Ich muss mal aufhören. Er macht es. Halt es, heil dich! Halt es, heil dich! Wir brauchen Verstärkung. Gehen! Gehen! Normalerweise haben wir uns hier. Boah! Du musst ein Futterheld sein! Nicht das. Zuf! Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Und wir uns ein paar Banditen. Kein Problem. Karformik. Um 0,156. Du bist so. Du bist irgendwie Vamos her. ubernadest. Grund! Wie gut! Wer hat Lust zu sterben? Sagt der Pferd, dass die Leute bleiben, wo sie sind? Komm, komm mal her. Hey, und Verstärkung! Doch nicht dein, dann. Wir haben sie. Suchen überall. Verdammte Mist hier. Was wollen einander? Weiter suchen. Wir müssen sie finden. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Wir müssen sie ausschauen, Jungs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Mach schon. Hat die einen Ernst gerufen? Wer zum Teufel bist du? Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Hey, Schwachkopf. Willst du, dass die Kissen sich hier unten weiter schnappeln? In Ordnung. Auf geht's. Kurz und schmerzlos. Wenn der Schmerz. Wer ist weg? Wir sind weg. Da! Hey! Untertitelung des ZDF, 2020